Welche Sternzeichen müssen sich aktuell auf eine durchwachsene Woche vorbereiten? Diese Sternzeichen werden nicht vom Schicksal begünstigt. Erstens, Widder. Singles flirten jetzt besonders aktiv und offensiv. Dabei geht ihr einigen zu forsch vor, die dann die Flucht ergreifen. Liierte wünschen sich mehr Leidenschaft. Bietet euer Lieblingsmensch das nicht, gibt es dicke Luft. Privat könnt ihr überhaupt keinen Stress vertragen. Zweitens, Krebs. Liierte sind angespannt, denn ihr braucht mehr Abstand. Nur gute Kommunikation kann Streit verhindern. Singles sehen sich nach Unabhängigkeit, wollen sich aber gleichzeitig verlieben. Verwirrend. Sport steht ganz weit unten auf eurer Prioritätenliste. Und drittens, Skorpion. Singles landen schnell mit Zufallsbekanntschaften im Bett. So richtig glücklich macht euch das aber nicht. Bei Liierten müssen bestimmte Themen besprochen werden. Zu schweigen bringt euch nicht weiter. Privat habt ihr Probleme, abends abzuschalten.